us hochgeschwindigkeit die strecke vor ihnen ist frei bis nach boston nutzen sie die gelegenheit um schnell auf höchstgeschwindigkeit zu kommen jawohl das klingt doch nach einem guten plan und damit begrüße ich euch ganz herzlich hier vom acela express dem wohl ja vielleicht berühmtesten zug aus den vereinigten staaten wir sind hier auf der strecke boston sprinter in den usa heute mal auf der anderen seite des großen teichs unterwegs und ich würde sagen wir gehen mal rein in den führerstand fahrtrichtungswender ist schon auf vorwärtsstellung sehr gut dann schauen wir einmal brems absperrventil ist auf fahrgast parkbremse ist schon gelöst türen dann einmal hier spitzenbeleuchtung erst an gucken wir einmal hier nach links führerstands deckenbeleuchtung können wir gerne anmachen fahrplan machen wir an pult immer auf maximum neigetechnik ist aktiviert dann sind wir eigentlich soweit abfahrbereit würde ich jetzt mal behaupten können uns noch ganz kurz hier einmal umgucken da sind wir gebaut von als strom first class hier vorne boston south und dann würde ich sagen türen zu türen sind so dann lösen wir die bremsen und schalten leistung auf halten sie die augen nach eisenwand freunden offen und betätigen sie das makro von wenn sie vorbeifahren ok mal gucken ob wir das wirklich machen weil wenn man das makro betätigt dann wird automatisch diese glocke aktiviert und ich weiß leider nicht wie man diese glocke ausschaltet also ich muss mir leider die signale hier einblenden wie war das noch gleich das brauche ich nicht das brauche ich auch nicht das auch nicht das ist schon mal ganz gut das brauche ich das brauche ich nicht steuerung 7 macht nichts steuerung 8 macht auch nichts okay gut dann haben wir soweit alles dann hören wir auf zu trödeln und beschleunigen mal ein bisschen kann eigentlich die sicherungs system auch an machen genau aber don't judge me ich kenne mich leider nicht mit den amerikanischen sicherungssystemen besonders gut aus und noch viel weniger mit der signalisierungstechnik das heißt also ja da könnten möglicherweise irgendwelche probleme entstehen im laufe der fahrt schauen wir mal so leistung abschalten ok wir dürfen 60 waren 60 meilen pro stunde so ja wir fahren nach boston sind hier gestartet in providence glaube ich und es geht dann einmal hier über die komplette strecke nach boston oh wir sind zu schnell ja 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 so ich weiß ehrlich gesagt gar nicht ob der geschwindigkeitsregler auch direkt funktioniert so ja doch das klappt ja sind hier unterwegs im grunde genommen in der ikonischsten im ikonischsten triebfahrzeug das es wohl in den usa gibt hier der ersteller express der ich glaube erste hochgeschwindigkeitszug in den usa der tatsächlich die 300 kmh fahren kann wird glaube ich mittlerweile abgelöst vom aber den haben wir nicht im tsw aber wir haben hier den acela express und den gab es als lockt dlc für die strecke boston sprinter und hat auch farmplan fahrten auf der strecke new york trenton faster fahrer half service new york ok sowas mag ich ja immer finde irgendwelche verkehrsschilder tatsächlich da sind schade dass hier keine richtigen städte dran stehen bei den lindertal bahn haben wir das ja dass das da an den verkehrsschildern tatsächlich die ortschaften dran stehen auch mit entsprechenden kilometrierungen und das finde ich schon ganz cool soweit fahren wie ich glaube wir fahren jetzt gerade so 120 130 km h wirkt gar nicht so schnell hier im zug ist hier eigentlich irgendwas bedienbar speed check und so nie wir sind hier an etwas bieten penalty application haben wir jetzt eine zwangsbremsen ups da waren wir uns so schnell ja jetzt jetzt habe ich aus versehen das horn betätigt und jetzt haben wir halt diese glocke und ich weiß nicht wie man diese glocke ausmacht vielleicht mit wie kriegt denn jetzt diese nervige glocke aus sand nein leutwerk da da ist es so wir fahren nicht schneller als 60 okay dass das okay wenn dieser alarm ertönt dann muss ich das ganze hier bestätigen diesem akk knowledge also so ein bisschen wie ich glaube das ist so eine art sie fahren mehr oder weniger funktioniert weniger als pzb sondern mehr wie so eine art sie fahren glaube ich aber gut zu wissen das hat die sache amerikanische zugsicherungssysteme da das ist jetzt wirklich nicht meins sehr schön hoch was ist denn da die häuser fliegen neuerdings ich habe immer angst wenn es piept okay wir dürfen jetzt 130 glaube ich fahren 125 dann machen wir das mal einmal hier ordentlich leistung reingeben wir sind doch glaube ich die strecke wirklich nur ein oder zweimal gefahren ne mehr auch nicht und das haben wir auch nur mit der acs 64 gemacht und auch niemals mit diesem mit dieser diesellok beziehungsweise dem steuerwagen haben wir hier vorbei an der bahnstation so und dann einmal hier hebel unser table und auf die 125 hoch in sechs meilen dann 110 müssen wir im kopf behalten ja auch irgendwie mal was anderes nach hier mal hier mal in den usa unterwegs zu sein machen wir sehr 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 selten aber hat irgendwie auch seine qualitäten ah verdammt ich mache die sicherungssysteme aus dass das wird hier nichts ich fahr lieber hier nach nach hat also bringt irgendwie nichts wenn man sich halt nicht auskennt mit den sicherungssystemen und dann halt hier mit den sicherungssystemen zu fahren also aber hier steht jetzt dass wir jedoch ja genau hier steht jetzt dass wir 150 fahren dürfen dann machen wir das auch so also wir sehen hier praktisch die geschwindigkeit die wir vorgewählt haben unsere cruise speed das ist unsere aktuelle geschwindigkeit und hier sehen wir die geschwindigkeit die anscheinend erlaubt ist laut atc ja 150 ist auch glaube ich die höchst geschwindigkeit nach 150 meilen pro stunde müsste ja steht hier aber nirgendwo naja aber ich das ist glaube ich 150 ja aber hier vorbei am bahnsteig ich habe jetzt noch keine train spotter gesehen hier also ich noch nicht ich auf den brücken steht jetzt zum beispiel auch keiner aber mal gucken vielleicht wird das ja noch was so signalisierung immer mal wieder drauf gucken weil mit der kenne ich mich nun ja mal wirklich so gar nicht aus ja also strecken gestaltung ist ich kann es halt schlecht einschätzen wie realistisch das ist das sieht jetzt nicht besonders wahnsinnig gute aus muss ich gestehen man muss es halt irgendwie mögen man muss halt was übrig haben für amerikanische strecken dann kann es ja glaube ich einem ganz gut gefallen hier auf boston sprinter aber wie gesagt wir können uns auch mal die new york trenton route zusammen angucken wenn da irgendwie interesse tatsächlich daran besteht falls ja schreibt es mir gerne mal in die kommentare falls euch mehr us content und sowas interessieren würde oder generell auch eher so ein bisschen außerhalb deutschlands wohl weil wir da jetzt nicht so viel auswahl haben wir haben ja jetzt in diesem sinne nur die usa wir haben eine strecke aus frankreich zwei strecken aus der schweiz und halt strecken aus uk können wir natürlich auch alles gerne uns noch mal etwas näher angucken aber stellt sich ja natürlich die frage auf wie viel interesse das dann am ende trifft aber das könnt ihr mich wie gesagt in den kommentaren gerne wissen lassen schon schöner zug oder also ist ja auch nicht zufällig ein zug der sehr stark an den tgw erinnert ist ja der gleiche hersteller damals hatte sich hatte man sich in den usa gegen siemens entschieden und stattdessen für altsturm es gibt ja diese berühmten aufnahmen wie ein ic e 1 in den usa fährt mit dem m track logo vorne drauf das waren im grunde genommen testfahrten die gemacht worden sind aber anscheinend ok 130 die sonne kommt langsam raus sehr schön wir haben langsam gutes wetter so genau man hatte sich hoch 125 man hatte sich gegen den ic e entschieden gegen diese bauweise und stattdessen für aber wir dürfen wieder 130 fahren für halt eben altsturm dementsprechend sehen halt die züge aus wie tgw ist und haben auch denke ich mal zumindest eine recht ähnliche technik verbaut auch wenn die führerstände jetzt nicht allzu ähnlich sind aber gut das ist natürlich ein modernisierter führerstand da gibt es sicherlich auch ältere varianten schön schön so 19 mal noch bis boston also ich finde von der geräuschkulisse her ist der zug schon wirklich gut das ist auch das feedback was man so allgemein auch liest dazu in den foren dass der ersteller express schon ganz gut gemacht ist noch hier nirgendwo train spotter ich dachte die sind hier irgendwo wo sind sie denn wenn man wenn man sich schon welche wünscht das sieht aus wie eine brücke die jemals fertig gebaut wurde oder die vielleicht abgerissen wurde sehr schön hier rechts irgendwelche stromleitung und was mir auch sehr gefällt ist hier diese sonnenblende und wir sehen auch tatsächlich hier diese unterschiede was die beleuchtung angeht fenster können wir auch auf machen coole animationen gefällt mir auf jeden fall sehr auf der anderen seite selbstverständlich das gleiche auch hier können wir die sonnenblende da ist er mit seiner kamera es piept und piept im führerstand da hat man natürlich sofort angst aber wir dürfen jetzt 100 ne 125 immer noch fahren wobei laut hart dürfen wir 430 fahren ich bleib jetzt mal bei den 125 25 oh wir haben wohl irgendwie so eine art halt zu erwarten und da unten rechts steht auch cap signaling irgendwas mit 80 ich würde sagen wir gehen mal ein bisschen noch runter der geschwindigkeit hier haben wir jetzt auch orange grün approach medium 45 ok also wir gehen mal ordentlich runter mit der geschwindigkeit aber vielleicht nicht so genau weiß was jetzt kommt so ok das hat sagt dass das signal grün ist und 4 120 gleich fahren dürfen dann können wir glaube ich tatsächlich wieder leistung aufschalten ja weiß ich jetzt nicht ob wir zu schnell sind oder nicht weil hier steht jetzt maximum aus speed 45 wir sind so schnell ok doch nicht weiß ich nicht was ja ganz interessant ist hier beim aceler die nike technik ist verbaut allerdings nicht in den triebköpfen sondern in den wagen und die nike technik geht auch nur an dem geschwindigkeitsbereich von über 60 meilen pro stunde so 120 dürfen jetzt wieder fahren auch schön wie hier die zickzack oberleitung verbaut ist das wird gemacht damit das schleifstück am pantographen halbwegs regelmäßig und gleichmäßig abgenutzt wird und nicht immer nur an einer stelle was ist da hinten ach so eine brücke ja so ein paar mikro stotterer sind da auch immer wieder dabei das natürlich nicht so schön mods sind glaube ich keine die ich für diese strecke hier habe mit dabei ich glaube es gibt unter anderem eine mod die dazu führt dass man ein bisschen schneller mit der tastatur die hebel hier im führerschnitt bedienen kann weil das doch ein bisschen sehr langsam ist von der bedienung her so fünf meilen noch und dann sind wir in boston station 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 und das ist unser erster und auch einziger halt tatsächlich ja boston sprinter wurde überarbeitet für den sr express wurde die strecke überarbeitet dass das beleuchtungssystem auf tc3 umgestellt wird oder wurde und habe ich die hoffnung dass da noch mehr strecken folgen in zukunft die dann entsprechend umgestellt werden ok wir müssen mal runter mit der geschwindigkeit und dann sind wir gleich auch schon da hier auch schon die skyline von boston boston south station 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 in rund 7000 fuß wir müssen aber in 1500 fuß komische angaben warum machen wir mal mit füßen hier rechnet weil sie nicht müssen wir 30 meilen pro stunde fahren also ordentlich runter mit der geschwindigkeit so das müsste glaube ich passen machen wir das mal machen wir das mal machen wir das ich wollte ausmachen jetzt geht es gar nicht mehr toll ich habe es kaputt gemacht ah cool müssen wir hier halten dann so haben wir hier vorbei so mit der skyline wollte ich hier noch ein zwei screenshots machen und dann halten wir in 3800 fuß müsste man nicht eigentlich sagen in 3800 füßen keiner weiß auch hier diese generischen verkehrs schilder wo ich mir einfach wünschen würde wenn da irgendjemand einfach boston drauf geschrieben hätte das wäre das würde einfach so großen unterschied machen statt halt downtown und so oder city und dann vor allen dingen 148 meilen welches city soll es denn sein und boston ist nicht 148 meilen entfernt schön schön hier in den usa mal unterwegs gewesen machen wir auch nicht jetzt kommt einmal hier so eine scharfe links kurve was auch wir sind apropos scharfe links kurve wir sind zu schnell wir dürfen nur 15 fand ziehen sogar nur so ort dann lassen wir jetzt mal wollen schön wie hier geschlängelt wird herrlich und dann sind wir hier in boston sind sogar ein bisschen zu früh hier und dann fahren wie ich hier einmal nach rechts genau hier mit seiner kamera einmal top gemacht beziehungsweise gehörlos gehör geschädigt so das glaube ich der korrekte begriff auch schön laut die fahrmotor lüfter aber hier ganz kurz weggenommen diese halte markierung die mag ich nämlich nicht so so was ist hier mit den schienen los liegt hier schnee oder ist das die etwas komische beleuchtung so track 6 da sind wir und können uns bereit machen zum halten hier in boston south station und wir halten schön dass hier noch ein signal steht wir hätten noch ein kleines bisschen weiter ran fahren können glaube ich können uns hier übrigens einmal auch im zug umgucken wie es denn hier drin eigentlich aussieht also auch wirklich schön gemacht so schön detailliert wenn wir uns mal hinsetzen all die ganzen details hier das ist schon ordentlich ich finde die sitze wirken auch recht gemütlich das ist auch die erste klasse thank you for choosing amtrak so was haben wir hier das ist jetzt so eine art zweite klasse denke ich mal economy vielleicht hier sogar mit tisch auch hier können wir tatsächlich die lehnen noch verstellen 120 volt also haben wir auch hier noch steckdosen auch hier quiet car please refrain for not talking or using cell phones in this car welcome aboard m track ja ok boston south station jawoll da sind wir schön dass die tür noch automatisch aufgehen sehr cool das ist ja mal cool gemacht das ist echt cool dass man kann ich mich auch hier nutzen ja das geht ist das nicht cool ist das nicht komisch mega das finde ich aber cool gemacht hier bord bist du es dazu boston south station wie sonst irgendwas im zug auch das hier zweite klasse ebenso und das hier ist der andere triebkopf jawohl dann haben wir es soweit geschafft eigentlich hier mal mit einem kleinen ausflug in die usa in die vereinigten staaten mit dem ikonischsten hochgeschwindigkeitszug den dieses riesige land zu bieten hat leider auch mit einem der einzigen hochgeschwindigkeitszüge neben dem avelia liberty gut alles gute alles liebe ich bedanke mich fürs zusehen ciao 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 ciao